Ich schätze es, dass sie in ihrem Land groß werden können und alle diese schönen Sitter, weil er bauen können. Ich schätze so, dass sie in Freiheit wirken und arbeiten können, wo in Freiheit leben können. Und jetzt machen mir das Angst, was die Entwicklungen sind. Und ich finde es auch traurig, tragisch traurig, dass ein Teil der Bundesregierung, Partei, das C-Programm hat und ich spüre nichts davon. Ich spüre nichts davon von der Menschlichkeit, von diesem Anlass zu denken. Und ich glaube, dass wir viel mehr noch müssen aufmerksam sehen und aufmerksam sehen, weil in vielen kleinen Schritten wird vieles abbaut. Die Strategie dahinter. Und ich freue mich, dass ich auch da sein kann und mit euch wenigstens ein kleines Zeichen setzen kann. Und letztlich habe ich auch als Christ immer die Zuversicht und Hoffnung, dass wenn viele Kleine miteinander etwas tun, etwas Großes werden kann. Und wir müssen und dürfen und sollen uns einfach für den Menschen einsetzen. Das ist ein Grundverständnis für mich als glaubender Mensch. Es gibt nichts, was gegen den Menschen sie darf. Und die Ärmsten erst recht. Das waren immer schon Gottes Lieblinge. Und darum haben wir unsere Pflicht und Auftakt für sie zu kämpfen und unsere Zeit und unsere Energie dafür einsetzen. Dankeschön allen euch, die hier da sind, ist es jetzt halt einfach im Sinne der Menschlichkeit und im eigenen Sinn. Und können wir hoffentlich viele anstecken, dass sie sich auch auf den Berg machen und auch in der Zeit, wie so ein Eiskaster wird allmählich, wo einiges bewegen können. Nun muss nichts los mit dunklen und ständig mit dem Kämpfer. Ich sitte für die Menschen und vor allem für die Migranten und Flüchtlinge in besonderer Weise, die eigentlich verruft, ob sie verloren gestellt sind und helfen wir, wo wir helfen können. Applaus